Hallo YouTube und willkommen zu einem neuen Technik-Faultier-Video. Ich teste gerade die Frontkamera vom neuen iPhone 5C. Ihr wisst schon, das grüne Ding, was ihr in so einigen Faultier-Videos derzeit sehen könnt. Und ja, ich mache es komplett ohne Kopfhörer, weil ich filme es diesmal auch drinnen, weil ich habe ja wieder Urlaub-Videos gemacht oder die ganzen Faultier-Videos, die ich im Urlaub gefilmt habe, waren mit dem Fünfer gedreht, auch ohne Kopfhörer. Und das war ja eine super Audio-Qualität. Und mal ganz ehrlich, wenn wir dann doch mal chatten, gut, wenn man jetzt bei Starbucks sitzt und dann so ein Videogespräch, Skype, FaceTime oder was auch immer mache, oder ein Google Hangout-Video, dann nutzt man ja natürlich die Kopfhörer, damit man die anderen nicht ärgert, beziehungsweise dass der Gegenüber einen dann doch auch in einer lauten Umgebung verständlich versteht. Aber jetzt hier gerade drin, ich denke mal, das ist schon eher die Situation, oder auch für mich eher die Situation, wo ich mal Videotelefonie nutze, was ich eigentlich sehr gerne mache, aber dann halt meistens auch hochkant das Gerät halten. Jetzt hier einfach mal im Quermodus, damit die Sau auch mit drauf ist, so ein bisschen zumindest. Und jetzt habe ich die Minute schon voll gequatscht. Das sollte eigentlich reichen, um euch einen Eindruck von der Möglichkeit der Frontkamera zu bieten. Also ich bin jetzt einen Meter davon entfernt. Ihr seht, hinter mir eine Lampe, vor mir eine Lampe, also relativ gut ausgeleuchtet bin ich auch. Und rauschen sollte eigentlich auch nichts, was die Audioaufnahme beeinträchtigen könnte. So, das war's. Vielen Dank fürs Zugucken. Macht es gut und bis zum nächsten Video. Tschüss.